Ich möchte mich bei Anton bedanken, der dafür gesorgt hat, dass ich Miyagi und Andy Panda treffen durfte. Danke Anton, dass du das alles organisiert hast. Ich möchte mich auch bei allen Leuten bedanken, die in Berlin dabei waren und in Prag und mit mir zusammen gefeiert haben. Außerdem möchte ich mich bei allen Securities bedanken, die aus Österreich kommen. Ich habe super nette Menschen kennengelernt und dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Ich habe für euch heute zwei Nachrichten, eine gute und zwei schlechte. Die gute Nachricht ist, mein Vlog ist fertig und ihr könnt gleich diesen Vlog anschauen. Die schlechte Nachricht ist, dass ich kein Interview mit Miyagi und Andy Panda gemacht habe, weil die Jungs wollten das nicht und ich akzeptiere das auch so. Eine weitere schlechte Nachricht ist, wir haben über 250 Gigabyte Videos gemacht, aber 70 Gigabyte sind verschwunden und ich kann sie nicht finden. Und ich vermute, entweder wir haben die Speicherkarte verloren oder sie wurde uns geklaut. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video, danke fürs Zuschauen. Guten Morgen. Es wird Zeit zum Aufstehen. Heute Morgen war das, oder besser gesagt, heute Nacht war das so kalt. Ich bin fast gestorben. Ich hasse morgens aufzustehen. Los geht's. Ah, wo ist meine Hose? Two thousand years later. Ah, bester Mann. Es gibt zwei Sachen, die ich jeden Morgen hasse. Zähne zu putzen und Blut zu resieren. Ich hasse das. Aber man muss das machen. Guckt euch mal das Wetter an. Richtig mieses Wetter. Was für eine miese Zusammensetzung. Jordan, Nike, Adidas. Oder doch, lieber Kalkani. Maximilius Primus. Hast du deine Zähne nicht geputzt, wieso? Ich bin ein bisschen zu weit unterwegs. Du bist los. Berlin wartet. Berlin lebt. Warum hast du deine Zähne nicht geputzt? Digga, weil ich musste los. Ich hab ein bisschen verbannt, ja? Ja, merk ich wohl. Halb elf. Schaut dieses Video zu Ende. Irgendwo zwischen dem Video werde ich ein Gewinnspiel machen. Ihr könnt was gewinnen, ja? So, ich hab jetzt alle abgeholt. Und wir fahren jetzt nach Berlin. Mit mir zusammen natürlich Maximilius Prime. Und mein Produzent, der gerade hinten ist, noch am Rauchen. Jetzt müssen wir erstmal vier Stunden fahren nach Berlin. Das wird jetzt wahrscheinlich ein sehr langer Weg und sehr anstrengend. Erstmal im Hotel einchecken. Und wenn wir im Hotel eingecheckt sind, da ist natürlich mein Produzent Olli. Da muss ich noch ein paar Sachen besorgen. Ich möchte ein paar Unterschriften natürlich von Miyagi und Andy Panda haben. Ansonsten, wir haben heute natürlich viel zu tun. Noch einige Termine, die wir auf jeden Fall noch bewerkstelligen müssen. Und wahrnehmen müssen. Wahrnehmen müssen. Wir sind alle müde, alle müde. Niemand hat Bock zu fahren. Ich bin der Einzige, der fährt. Berlin, Alter. Katastrophe. Wir sind in Berlin angekommen. Und eigentlich wollte ich ein paar Videos aus Berlin machen. Das Problem ist, es regnet und zwar richtig stark. Wir wollten aber auch heute eigentlich ein kleines Video auch drehen. Auch für den YouTube-Kanal und auch für euch. Und uns noch mit ein paar Leuten treffen. Und es kann sein, dass wir das nicht mehr machen, weil das einfach, das Wetter ist grauenvoll. Leider sehr schlechten Tag erwischt für Berlin. Leider sehr, sehr schade. Jetzt werden wir uns überlegen, was wir jetzt noch machen werden. Wir fahren jetzt ins Hotel. Einchecken ins Hotel. Erstmal was essen. Duschen. Safe. Safe. Safe, Digger. Duschen. Und dann gucken wir weiter. Kuscheln. Kuscheln. Erstmal Pizza genießen, schön italienisch und ein wunderschönes italienisches Bier. Wir sind jetzt im Hotel Mercury angekommen. Das ist so geil hier, so ein spezieller Parkplatz. Alter, wir könnten hier sogar ein Video drehen, ne? Wir sind in unserem Modell angekommen und jetzt an die kleine Rundtour. Die Tür dieses luxuriösen Hotels wird anhand einer Karte geöffnet. Oder auch nicht. This is our room. Beautiful room. And here we have the first orgasmus with Maximum Prime. It was at this moment that he knew. Der Flur dieses Raumes ist exquisite ausgestattet mit einem bärsischen Teppich. Verziert mit T-Bone Leder. Die Toilette dieses Hauses besteht aus feinstem Marmor. Das Klo-Utensiv ist aus feinstem Weißgold geschmückt. Badewanne mit Jacuzzi Modus. Diese wunderschönen weißen Laken aus Seide werden heute mein Haupt bedecken und mich in den Schlaf wiegen. Auf diesen wunderschönen zwei Bänden, die heute Nacht zusammengeschoben werden, werde ich heute mit Maximilius den Akt vollziehen, den wir schon seit Jahren geplant haben. Wie fühlst du dich heute Nacht von mir herangenommen zu werden? Ja, danke. Ich habe eine tolle Nachricht. Es hat nämlich aufgehört zu regnen. Und wir gehen gleich schon in die Halle von Miyagi und Andy Panda. Wichtig, es gibt eine Sache, die ich am meisten hasse. Und zwar Reisen. Das Problem bei Reisen ist, ich vergesse immer wieder irgendwelche Klamotten. Heute läuft alles nicht so, wie ich das will. Also, wir haben Regen. Ich habe Zahndüste und Deo vergessen. Irgendwie ist bei meinem Auge hier eine Vene geplant. Mein Auge ist rot wie der Anus von Asylum. Wir sind jetzt gleich beim Konzert. Da hinten ist ein Kilometer Schlange und ganz viele Leute. Und ich hasse Menschen. Zumindest, wenn so viele da sind. Und gleich gehen wir rein. Wir sind schon mal drin, bevor überhaupt die Leute da sind. Sieht nach viel aus. Und ich glaube, da oben steht Endspiel, wenn ich mich nicht täusche. Oder? Nein, es ist nicht Endspiel. Jetzt ist die Frage, wo gehören wir überhaupt hin? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wir müssen nach oben wahrscheinlich, lieber. Das ist wahrscheinlich VIP. Ich glaube, wir müssen nach da oben hin. Eine Frage. Wo ist VIP? Ja, Englisch. Eine Frage. Wo ist VIP? Wo ist VIP? Wo muss ich rennen? Ich habe Angst. So viele Leute. Ihr habt die Möglichkeit, etwas Tolles zu gewinnen. Und zwar dieses Headset unterschrieben von Andy Panda und Miyagi und Holly. Und eine Mütze. Meine Mütze. Auch unterschrieben von Andy Panda, Miyagi und Holly. Was müsst ihr tun, um das zu gewinnen? Ganz einfach. Ihr müsst mich auf Instagram folgen. Ihr müsst Endspiel auf Instagram folgen. Und ihr müsst auf YouTube und auf Instagram bei mir und bei Endspiel eine Nachricht hinschreiben. Und zwar Hashtag Tero, Hashtag Help Annelie. Wir werden alle Nachrichten speichern. Wir suchen uns zwei Gewinner aus. Und diese zwei Gewinner bekommen eine Sache. Entweder ein Headset oder eine Mütze. Viel Glück. Viel Glück. Warpfeinhalb von Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schöpfe! Schöpfe! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020